Völker der Erde, schaut auf diese Stadt! Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! Hallo, ich bin Marco von Authentic German Learning und heute reden wir über die Luftbrücke und die Rosinenbomber. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil! Ich klappe! Jetzt mach sofort das Video auf! Mach ich, mach ich! In einem anderen Video habe ich mit euch über die deutsche Teilung gesprochen. Also Deutschland war 1948 in Besatzungszonen eingeteilt, Frankreich, Großbritannien und USA im Westen und die Sowjetunion im Osten. Berlin wurde selber nochmal in Ost- und West-Berlin eingeteilt, aber Berlin selbst befand sich im sowjetischen Sektor. Das heißt, West-Berlin war umgeben von sowjetischem Besatzungsgebiet. Das war die Situation 1948 in Deutschland und die Westmächte entschieden sich dazu, eine Währungsreform durchzuführen. Es gab eine neue Währung im Westen und da haben die Russen gesagt, dann machen wir auch eine Währung. Aber wir führen unsere neue Währung nicht nur in unserer Besatzungszone ein, sondern auch in West-Berlin. Und die beiden Mächte oder die beiden Parteien waren sich dann sehr uneinig darüber, welche Währung nun in West-Berlin benutzt werden soll. Und daraufhin entschied sich die Sowjetunion einfach alles dicht zu machen. Sie haben alles dicht gemacht. Was meine ich damit? Sie haben keine Autos, keine Schiffe mehr nach West-Berlin gelassen. Sie haben West-Berlin ganz von Westdeutschland abgeschottet. Sie haben West-Berlin ganz von Westdeutschland getrennt. Noch nicht mal Strom haben sie durchgelassen. Selbst die Stromkabel, die den Strom liefern, konnten nicht mehr benutzt werden. Aber Berlin ist natürlich angewiesen auf Westdeutschland. Also Berlin ist eine Stadt, die auch viel produziert, aber sie braucht natürlich auch Rohstoffe von außen. Und solche Dinge wie Lebensmittel, Kohle für Energie, Medizin, all sowas brauchte West-Berlin. Daraufhin haben sich die Westmächte dazu entschieden, einen kühnen Plan umzusetzen. Sie haben sich gesagt, okay, wenn wir auf dem Landweg und auf dem Wasserweg keine Ressourcen transportieren können, dann machen wir das über den Luftweg. Wir schicken einfach Flugzeuge nach West-Berlin. Denn darauf hatte man sich geeinigt. Es war vertraglich festgelegt, dass die Westmächte die Luftkorridore benutzen können. Es war schriftlich vertraglich festgelegt, dass Flugzeuge über das sowjetische Besatzungsgebiet fliegen können. Aber es war nirgendwo geregelt, es war nirgendwo vertraglich festgesetzt, dass die Westmächte den Landweg nutzen können. Deswegen hat die Sowjetunion das auch gemacht. Sie hat sich gesagt, naja, wir brauchen eine bessere Position in der Verhandlung und wir haben nichts ausgemacht über die Landwege. Dann sperren wir jetzt einfach alle Landwege und alle Wasserwege. Und die Luftbrücke war echt eine enorme Leistung. Am Anfang dachte man sich, okay, 250 Tonnen pro Tag müssen wir vielleicht transportieren, aber sie haben schnell gemerkt, dass man viel, viel mehr braucht. Also Berlin braucht sehr viel. Und so haben die Amerikaner und die Briten das so geregelt, dass täglich 2000 Tonnen an Lebensmittel, Kohle, Medizin nach West-Berlin geliefert wurde. Das war ein stetiger Strom an Flugzeugen. Alle drei Minuten flog ein Flugzeug nach West-Berlin. Alle drei Minuten. Also wirklich unglaublich gut organisiert und die Flugzeuge mussten dann natürlich auch gleich wieder vom Feld. Sie sind angekommen und dann gleich schnell ausladen, schnell von der Landebahn weg, sodass gleich das nächste Flugzeug kommen kann. Also irrsinnig gut geplant, richtig gut geplant. Und der Rekord war 12.849 Tonnen in 1.398 Flügen innerhalb von 24 Stunden. Ich denke, das ist eine enorme Leistung. Und wie gesagt, die Flugzeuge flogen in einem Takt, der echt beeindruckend ist. Also vom Norden und vom Süden kamen stetig die Flugzeuge geflogen. Hier ist eine Karte. Vom Norden und vom Süden kamen die Flugzeuge geflogen und dann flogen sie von West-Berlin aus wieder zurück nach Deutschland, nach Westdeutschland. Ein Luftkorridor wurde nur in eine Richtung benutzt. Es war ein sehr ausgeklügeltes System. Da haben sie sehr viel optimiert, um so schnell wie möglich, so viel wie möglich nach West-Berlin zu transportieren. Und die Berliner und natürlich auch ihre Helfer zeigten sehr großes Durchhaltevermögen. Die Amerikaner und die Briten und die Franzosen und all die anderen Westmächte haben sich gesagt, wir können West-Berlin nicht aufgeben. Wir wollen West-Berlin nicht aufgeben, denn wenn wir die Blockade nicht brechen, dann wird Berlin ganz der Sowjetunion gehören. Wir wollen nicht, dass ganz Berlin sowjetische Besatzungszone wird. Wir wollen West-Berlin erhalten, so wie es jetzt ist. Das beweist echt großes Durchhaltevermögen und das war auch etwas in der Geschichte, was die Länder zusammengeschweißt hat. Also die deutsch-amerikanische Freundschaft und deutsch-britische Freundschaft wäre heute nicht die, die sie wäre ohne die Luftbrücke. Und dieses Durchhaltevermögen oder die Wichtigkeit der Luftbrücke hatte der damalige Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter, so ausgedrückt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gab auch ganz viele Opfer. 83 Menschen sind während der Luftbrücke gestorben – Briten, US-Amerikaner und Deutsche – weil eben alle drei Minuten ein Flugzeug angekommen ist. Das ist aber sehr gefährlich. Wenn ein Flugzeug nicht schnell genug war, dann ist das nächste Flugzeug gleich hineingerast. Dann gab es Kollision und auch in der Luft gab es Kollision. Dann müsst ihr euch vorstellen, alle drei Minuten fliegt ein Flugzeug in die Luft und dann drei Minuten später das nächste Flugzeug. Wenn das Flugzeug, das hinter dem ersten Flugzeug ist, zu schnell fliegt, dann kollidieren die beiden Flugzeuge. Also echt eine sehr, sehr große organisatorische Leistung. Zum Schluss möchte ich noch kurz erklären, was die Rosinenbomber sind. Das ist ein sehr toller Begriff und es ist auch eine tolle Geschichte. Es war am Anfang so, dass die Flugzeuge die Ladung eingeladen haben, losgeflogen sind und dann die Ladung abgeladen haben. Aber ein Pilot ging noch einen Schritt weiter, als nur die Ladung nach der Landung abzuladen. Er hat kleine Fallschirme gebastelt aus Taschentüchern und hat diese Fallschirme an Schokoladentafeln und Kaugummis festgemacht. Und bevor er gelandet ist, hat er diese Schokoladentafeln und diese Kaugummis aus dem Flugzeug geworfen. Und dann sind sie runtergefallen, gebremst durch die Fallschirme und damit hat er diese Süßigkeiten den wartenden Kindern geschenkt. Und hat damit sehr viele Kinder glücklich gemacht. Der Pilot hieß Gehl Halforsen und viele seiner Kollegen haben es ihm nachgemacht und so haben sie ganz viele Kinder glücklich gemacht. Deshalb nennt man die alten Flugzeuge, die im Krieg Bomber waren, diese Flugzeuge nennt man Rosinenbomber. Früher waren diese Flugzeuge Bomber, früher haben diese Flugzeuge Bomben auf Menschen abgeworfen. Sie haben Menschen getötet und Zerstörung gebracht. Aber während der Luftbrücke haben dieselben Flugzeuge ganz vielen Leuten Glück beschert. Das war die Luftbrücke und das sind die Rosinenbomber und ich denke, es ist eine sehr inspirierende Geschichte aus der deutschen Geschichte. Ich hoffe, ihr fandet es genauso inspirierend wie ich und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!